Wo bleiben denn unsere Flugzeuge? Unser Seeaufklärer, Herr Göring. Der Gegner hat sie. Massenhaft. Große Schnauze haben, das ist alles, was dieser Fettwanz leistet. Maulhelden, nichts als Maulhelden. Alle sind... Na los. Notieren Sie das. Nehmen Sie das auf in ihr, Helden-Epos. Propagandakompanie wird sich freuen. Ich wusste gar nicht, dass Ihnen so viel daran liegt. So kann man sich täuschen. Musik fehlt hier. Unser Hitler-Jugendführer könnte mal eine Platte auflegen lassen. Den Tipperary-Song, wenn ich bitten darf. Musik Die Platte wird auf Ihrem weltanschaulichen Unterbau nicht schaden, 1.W.O. nicht nur das Fahrrad-Jugend dir. Hey, mach das schon, ey Quitsch, Kackalagi! Verwitz den Arschloch, den hätten Sie mal als Fender verwenden sollen. Dem reiß ich den Arsch auf bis zur Halskrause. Und noch ein bisschen mehr, damit ich selber mal durchs Arschloch gucken kann. Moin Moin, Herr Leutnant. Moin. Moin, Herr Leutnant. Ihr stinkt. Ja, Schweißmaugen und Brillantine. Pilgrim-Spezialmischung. Schmeckt wie Scheiße, ne? Das Rüherei. Wie Baby-A. Ich will nach Hülle halten in der Zentrale. Na klar, und in der Bilschenden, ne? Eine lütte Sorte. Die können wir dann immer mit grünen Popeln füttern.